Heute ist wieder ein Star Wars Set dran, dem BD1 von dem Spiel Jedi Fallen Order. Der sieht ja schon mal ganz knuffig aus. Da haben wir auch noch einen kleinen BD extra dabei. Da haben wir einmal die Stins, wenn man das Spiel kennt. Den gibt er ja Markel Casters, damit er wieder gesund wird. Ach, der sieht doch ganz ließ aus. Und ist auch noch mal drauf, wie groß der ist. 31 cm. Schon beachte ich. Den habe ich schon mal ausgepackt. Ich bin das kleine Steinchen und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie er aufgebaut ist. Bis gleich. So, jetzt haben wir den kleinen Knopf hier vor uns stehen. Wir gucken uns erstmal die Bauanleitung an. Wieder in dem weiß. Man hat sechs Tüten, also sechs Bauabschnitte. Erstmal baut man unten die Beine und den Rumpf. Und dann kommt der Kopf extra mit dem Schild und mit dem kleinen. So, hier unten läuft dann der kleine BD lang. Die Bauvorschrift, wo man gegangen ist, also nochmal. War auch ganz interessant zu bauen. Halt auch viele Technikteile. Da muss man dann genau hinsehen, wo die Pins hingehören. Aber hat viel Spaß gemacht beim Bauen. Hier können wir auch die anderen Sets nochmal sehen. Da habe ich ja auch schon ein paar vorbestellt. Guckt euch einfach fleißig die anderen Videos an, dann seht ihr die Sets. So, jetzt haben wir den kleinen, wo fangen wir dann an? Am besten mit dem Schild. Da ist der kleine Knopf drauf. Der ist diesmal in rot. Bei dem anderen Set war der in blau dabei. Also exklusive Minifigur. Auch so ein Schild wieder. Das ist ein großer Aufkleber. Habe ich nicht ganz sauber draufgekriegt. Hätte bestimmt rüber sein können, aber... Ist der einzige Aufkleber, der hier verklebt wird. Der Ständer? Ja. Ist nichts besonderes. Also ein paar so Steine. Ja. Fällt auch schon wieder auseinander. Also nicht viel dran. So, dann haben wir den kleinen BD. Da haben wir sehr massive Beine auch. Können die kleinen Füße mal gucken. Da baut man diese Füße und dann schiebt man das da so rein. Also erst kommen diese ganzen Technik-Teile. Hier sind auch so Peitschen verbaut. Einmal in Gold und einmal in Schwarz. Das finde ich ganz lustig gelöst. Die hätte ich ein bisschen mehr drehen können, dann wäre das bisschen... Sieht das bisschen besser aus. Dann mache ich hier auch nochmal. So, die Beine kann man auch schön vorne und nach hinten biegen. Also oben ist so ein Gelenk und dann kann man das hier so nach vorne und nach hinten. Also das ist ganz cool. Dann kann man den so ein bisschen schräg auch hinstellen, wenn er das mitmacht. So. Mal gucken. Sie sehen jetzt ziemlich gleich aus die Seiten. Beide gleich gebaut. Da oben ist auch hier so ein Technik-Teil, wo der Hals drauf ist. Dann sieht der dann so aus. Ist sehr massiv gebaut. So. So. Den Kopf kann man... Den Kopf kann man einfach nach unten machen, nach oben. Und dann kann man den auch so seitlich kippen. So. Dann kann man den so ein bisschen kippen und so. Die Augen sind ganz witzig auch aus. Also ich finde, den haben sie gut getroffen. Hier, das wird auch so reingeklipst, reingeklipst und runter gemacht, dass er diesen Ausdruck hat. Finde ich ganz süß. Dann kann man auch die Antennen, die kann man hier auch drehen. Dann ist der auch so blau, wie man das auch kennt. Hier ist auch eine kleine Antenne noch. Da auch ein bisschen mehr drehen. So. Hier haben wir auch das Fach mit den Stints, was wir in der Anleitung gesehen haben. Äh, auch in der Packung gesehen haben. So sehen die dann aus. Ja, so blöd, das rutscht ab und zu raus. Also das ist nicht sehr fest. Das ist sehr lose. Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Aber es ist ein schönes Set. Kostet bei Lego 99,99 Euro. Hat 1062 Teile. Ich habe den für 73 Euro wieder bei Amazon bekommen. Ich mache keine Werbung für Amazon. Aber die machen ab und zu auch gute Angebote. Dann nehme ich das da mal mit. Weil den fand ich so süß. Den fand ich echt schön im Spiel. Das Spiel war auch ganz gut. Ich freue mich dann schon auf den zweiten Teil von dem Spiel. Aber der tauchte auch bei der Serie von Boba Fett auf. Bei der Mechanikerin. War da auch einmal zu sehen. Dann habe ich ja gedacht, dass Kelk Hesse da auch nochmal auftaucht. Ne, ich kann allen das Set empfehlen. Den in kleinen Ruinen mal haben wollen. Der ist gut gebaut. Fällt nicht so doll auseinander. Also halt ist nur blöd, dass es hier an und auf geht. Aber sonst ist er sehr stabil gebaut. Ich finde auch ganz toll, dass man so auch anders mal drapieren kann. Und ich würde den ja, wenn er rabattiert ist, ja 4 von 5 Stern würde ich den geben. Weil der ist schon echt cool. Ja und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Da kommt auch bald dieses große schwarze Schiff. Wie heißt das nochmal? Da mache ich auch nochmal ein Review von. Das ist aber noch in Arbeit. Das muss ich noch bauen. Mit den ganzen Bösewichten. Das kommt auch bald. Und dann guckt mal fleißig meine anderen Videos weiter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.